Liebe Community, liebe Patienten und Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich darf voller Freude den Eröffnungstermin unseres Herzensprojekts, unserer Dentermann-Klinik, verkünden. Ab dem 13.05.2024 werden wir unsere Tore öffnen und ihr könnt Zahnmedizin neu erleben. Wir laden euch als Patienten und Community ein zu einem ganz besonderen Tag. Mit Essen, Trinken, exklusiven Klinikführungen und natürlich der Möglichkeit, mit uns gemeinsam anzustoßen. Ab 10 bis 20 Uhr seid ihr herzlich willkommen und habt die Möglichkeit, Dentermann-Klinik Luft zu schnuppern. Und ab Dienstag, den 14.05.2024 geht es bei uns so richtig mit der Behandlung los. Ab heute habt ihr die Möglichkeit, Termine zu buchen und euch als einer der Ersten die Möglichkeit zu sichern, in den brandneuen Räumlichkeiten behandelt zu werden. Mein gesamtes Team kann es kaum erwarten, euch mit einem Wow-Effekt zu überraschen. Also lasst uns zusammen in ein neues Kapitel gehen. Lasst uns gemeinsam Zahnmedizin neu erleben. The future of dentistry starts now.